besser fahren können aber ja will ja nicht unbedingt jeden auf der kamera drauf haben oder auf dem film drauf haben wenn hier mal mit den inland skates gefahren ist der hinter sich hätte jetzt wieder hochgefilmt aber das ist leider wieder doof jetzt wachen langsam die leute wieder auf habe ich den eindruck wir haben jetzt hier die musikschule ich mache jetzt noch mal einen kurzen blick wie wir mit der zeit eigentlich sind ja wir haben gerade ein kurzes neues video begonnen dann lösche ich das